Willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer. Ich stand jetzt eine ganze Weile AFK mal hier rum und hab ein bisschen gewartet und dann bin ich mal rumgelaufen, hab gemacht, getan, bla bla bla. Allerdings, irgendwie will das hier draußen nicht aufhören. Ich weiß nicht warum, ob wir jetzt so raus müssen. Es tut mir leid, da kann ich nicht rausgehen. Das ist ja zu laut. Also irgendwas müssten wir hier noch machen, damit wir wieder rauskommen. Aber was? Was war das? Es hat aufgehört! Wir können raus! Yay! Ach, lass mal offen. Äh... Hallo? Hallo? Hallo, das ist Tom. Und Irene. Wir hoffen, dass du einen positiven Tag aufgehört hast. Oh, wir haben sicher. Schade, wir sind nicht in gerade jetzt. Aber du kannst deinen Messagern nach dem Beep und wir werden wieder zurückkommen, als wir nach Hause kommen. Yay! Oh, ich meine... Beep! Äh... Nein! Was? Okay... Warte, was? Was? Ein Idiot. Oh, ein Klo. Oh... Okay... Nehmen wir mit. Okay... Ist das das Gleiche? Ne... Holocon-Konsole? Holocon-Konsole? Hm... Okay, da scheint jemand da zu sein. Wie... Hallo! Hi... Hallo? I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My hallowed projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit, sounds serious. So, you wanted to ask me something? Uh, meter in 102, meter in 07. Look at your hobby. Well, what do you want to talk about? Um, yeah, you know. The ghost is dying. Uh, not really. Sounds like you are. Of course, I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I don't have time for this. What's going on? Huh? You don't know that. The best thing we can do is stay calm and... And let them come and slaughter us? I won't let them take me. I won't let them take me. I won't. Alles klar. Das ist auch so ein Psycho. Oh, wieder ein Klo. Boah. 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 Okay, da ist immer noch niemand da. Moment mal, hier hinten. Ah, von hier so... Ah, von hier so mal gekommen. Genau. Genau, mit dem Hammer geredet. Okay, hier ist niemand zu Hause. Da ist schon wieder so ein Buch. Und der Schrank ist leer. Das ist ganz schön runtergekommen, das Hotel. Was ist das für Ena? Was ist das für Ena? Eitan, was ist das? Was ist das für Ena? 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 Und dann sehen Sie für dich selbst? Kannst du ihn beschreiben oder nicht? Ich habe nicht Zeit für Ena. Okay, okay. Ein Junge, wahrscheinlich in seinen 20. Was ist das für Ena? Wow, was ist das für Ena? Was ist das für Ena? Nein, ich habe nie wirklich einen guten Blick auf ihn. Medium Height, Medium Built. Er war einfach irgendwie... da, du weißt? Ja, ich weiß es. Es ist trotzdem bedeutend. Man ist nicht so arg, Alter. Er ist einfach immer auf die Fläche zu sitzen. Es ist einfach nur in die Fläche zu sitzen. Es bleibt einfach schön und ruhig. Aber die Fläche zu füchten, die zu füllen. Aber die Fläche zu füllen, die zu füllen, auf die schüttchen, die zu füllen. Aber die Fläche zu füllen, die zu füllen. kriegen können. Ich mag die Kinder. Die sind wie meine. Das ist trotzdem ein... Wie sagt man so schön Hurensohn? Okay. Keiner da. Keiner da. Oh. Danke, danke. Ähm... Sonst gibt's hier nichts mehr. Nö. Drücke mittlere Maustaste zum Hacken. Verbindung hergestellt. 0, 4, 4, 6. Okay. Was sich aber hinter der Tür verbirrt, erfahren wir im nächsten Video. Bis dann bleibt entspannt. Bis dann. Bye-bye. Rockstar dance until I drop. My life is as hard if my home is the club. My stage is the dance. Somebody never...